hallo wir haben heute den 8 dezember also machen wir heute türchen nummer acht auf da 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 hier haben wir ein nummer acht so hier ist nun das Ei, wir schütteln es das klappert ja schon ein wenig, machen wir es mal auf schauen mal nach, aha hier ist das gelbe vom Ei das klappert immer noch das sagt uns ja, dass irgendwie was zum zusammenbasteln ist wir schauen mal nach und es ist ja hier ahja es ist so ein ja ein Bayblade heißen die Teile wohl hier gibt es verschiedene ich hatte auch schon verschiedene ich glaube den roten hatte ich schon den blauen hatte ich schon und den grünen hatte ich jetzt glaube auch schon das ganze ist vom GoMove auf und ja bauen wir es mal zusammen und so sieht das Teil zusammengebaut aus könnt ihr nochmal starten lassen so das war dieses Video ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und ich sage Tschüss bis morgen